Hallo, willkommen zurück bei Ender's Quest. Dann suchen wir mal nach den weiteren Zutaten für diesen super coolen Drink. Hm. Ich glaube, hier machen wir mal noch nichts weiter. Müll. Okay, schade. Wir tun einfach das Kind mit in den Drink rein, wie wäre das? Okay, gehen wir mal jetzt... Ah ja, jetzt kommen wir auch schon in den Käfig. Oh. Oh nein, es sind die drei Bären. Oh no. Schade. Ähm, okay, wie können wir... Hm. Aber der Kleine hat da einen Topf Honig, glaube ich, ne? Okay, das wäre zumindest was Süßes. Wollen wir wählen? Okay. Okay, das ist für allen gleich. Okay. Okay, das ist für allen gleich. Hm, okay, was haben wir denn? Aha. Äh. Was das? Rückstelltast, okay. Mittlere Hebel. Warte. Äh! Das wollte ich gar nicht, wollte gar nicht raus. Moment! Wieder zurück. Okay, mittlere Hebel, Schädel, können wir die mitnehmen? Okay. Schade, schade, okay. Na gut, äh, so... ...linke Hebel. Okay. Ähm. Wahrscheinlich müssen die irgendwie auf gleicher Höhe hängen, ne? Hm. Mittler... ...halt mit... ...klarer Hebel. Wollen wir mal gucken. Äh. Ah. Okay, warte. Ich bin da noch nicht so ganz... Ich hab's, glaube ich, noch nicht so ganz raus. Okay. Das. Nach unten. Guck ich denn jetzt nach ganz unten? Dann... ...vielleicht den Mittler. Okay, und jetzt... ...den. Ach, verdammt, jetzt ist es schon wieder so wie hin. Äh. Okay. Warte mal. Ich glaube, wir machen nochmal einmal kurz... ...ich mach nochmal hier jetzt direkt kurz. Also, Mama-Bär hängt ein bisschen höher als der kleine Bär. Und der Papa-Bär, der hängt jetzt da ganz unten. Und die beiden hängen ganz oben. Und wenn ich... ... ... ... ... Mitte, mit dem Kleinen und der Große. Warte mal, muss ich jetzt einfach die beiden ganz nach unten? Noch eins. Ne, dann kommt sie wieder hoch. Hä? Und jetzt das hier? Hach! Juhu! Okay. Und jetzt kann ich mit denen reden? Ah, schade. Okay. Äh, Honig... Ah, der Honigtopf. Kann ich den... Einfach gesnatched. Sag goodbye zu deinem Honig, der gehört jetzt mir! Okay. Dann, äh, Glontine, Fallschirm und so weiter. Gut, da haben wir jetzt unseren Mixer. Das heißt dann, ähm... Da krieg ich die Wassermelone rein, oder? Oh! Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Okay. Die Glontine. Wahrscheinlich. Was haben wir hier? Schade. Okay, was haben wir hier sonst was? Ja. Ah! Okay. Ist er fertig? Die Trolle sind einfach Laper. Okay, Fackeln, Menschenmixer, Board oder was? Schade. Okay. Aber will ich... will ich da hin? Will ich das haben, was da ist? Weiß ich nicht. Gibt's da was? Regal. Äh, kann ich irgendwas hochwerfen? Haben wir hier irgendwas? Die Wassermelone! Oh, ich könnte die Dose werfen. Nein. Ich sollte das nicht nutzen. Ach. Auch wenn ich da hinbekommen kann, muss ich nicht mit all diesen Sachen messen. Schade, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Wetzsteine. Können wir das mitnehmen? Ah, sehr gut. Okay, cool. Dann... würde ich mal sagen, dass wir vielleicht die Glontine benutzen könnten für die Melone. Das würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Yes, this is how we'll get this Melone open. Once and for all. Okay. Hey. Na toll. Okay, aber wir haben... Okay, aber wir haben ja gerade diesen Wetzstein mitgenommen, der ist bestimmt hierfür gedacht. Aha. Just like that guard was doing with his knife. Phew. There. All done. All nice and sharp now. Let's just not tell the executioner man about it or he might allow its use again. Okay, dann versuchen wir's nochmal. Ha, perfekt. Success. Yummy Melon for Anna. Okay, dann gehen wir mit der Melone wieder zurück. So. Aha. Something juicy. This is super juicy. Okay, diesmal funktioniert. So, that guard at the mansion wanted a drink, huh? If I want to make it like he asked, I still need something sweet, something to give it a thick, creamy texture. Whatever that means. But even if I finish it, will it be enough to get past him? Hm. Vielleicht sollten wir nochmal, ähm, äh, also, achso, genau, wir haben ja Honig sowieso auch. Hm. Ich weiß nicht, was haben wir noch? Einfach noch ein bisschen mehr Honig? Okay, schade. Hat anscheinend nicht so viel anderes geführt. Hm, wir haben doch dieses, oh nein, wir haben doch diese super ekelhaft voll gerotzte Taschtdur gekriegt, ne? Oh, das ist echt ekelig. Äh, 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 äh. Soll ich einfach die Dose noch mit reinwerfen? Okay, schade. Okay, ähm, okay, dann schauen wir, achso, vielleicht kann ich einfach, können wir den einfach jetzt mitnehmen schon mal? Ja, okay. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Okay. Hm. Irgendeine Extra dazu. Wie wär's denn mit diesem Popcorn da hinten? Können wir da vielleicht einfach jedes Trollkind? Ah, schade. Okay, vielleicht haben wir ja hier noch... ...haben wir ihn nochmal? Vielleicht hat er einen heißen Tipp? Oh, ihr wisst ja, wir wissen, was ihr kennt. Ah, Sie wissen wollen, ja. Wir versuchen sich zu. Ich habe das auch gemacht. Ich glaube, es war nur Winfrieda's lief, um mich zu locken. Aber warum alle sie beheben, ich weiß nicht. Winfrieda? Winfrieda... Locked you up, too? Oh, deary. Wait... Winfrieda put you here? Sie... Sie hat das für dich? Sie werden... Weil sie... Okay, was ist... Hm? Ah, das sind ja Old News. Das wissen wir ja schon. Ich habe... Pläne. Viele, viele Pläne. Auf dem Boden, auf dem Wallen, auf dem Blackboard. Und in der... In der... Sie hat etwas gebaut. Sie hat eine Art... ...Kage. Kage? Wenn nicht für mich, dann... ...Ben? Kann es sein? Was diese Pläne sagen? Oh... Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Es gab viele Nummern und Diagramme. Und ich bin nur ein einfaches altes Mann. Es lässt mich überraschend, wie es macht. Wie die deep-thinking-Pagonia. Das ist es. Wenn ich hier rauskomme, muss ich dieses Raum finden. Okay, aber erst mal raus. Winfrieda hat eine Raum in dem Kastel? Der... ...Royal-Kastel? Aber warum hat sie... Oh, aber natürlich. Woher würde sie sie halten? Wie, Jan-Wan? Sie ist unsere neue Königin. Nein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Winfrieda, die... ...Kuinen? Nein. Nein, noch nicht. Sie ist zu verraten. Sie ist zu verraten. Aber jetzt ist zu verraten. Sie wird zu verraten. Sie zu verraten. Es ist so schnell. Es ist ein Schmerz, dass der Königin so nicht wie sich selbst. Ah, okay. Also, die alte Königin ist verschwunden. Okay. Oh, Wilfried. Don't apologize. That's so sweet. Such a caring, gentle gardener doesn't deserve this. Oh, you say such kind words, Jan-Wan. You warm this old heart of Wilfried like a pepper flower you do. Why I feel as... As... Giddy as the sleep spores of the pacificac I do. That flower you mentioned with the sleep spores. Uh... Pasacab or... Cac? Oh, the pacificac, yes. Such an alluring, bright, beautiful thing it is too. But to be handled with the utmost care. It isn't deadly by any means, but its spores can knock you into a sleep that last for days. Ah, das klingt gut, als könnten wir das in... ...unsan... ...bewegsen. Oh, no. Not really. It is a relatively common species, but quite similar to a number of others too. I could draw a picture of one to show you all its details if you like. Oh, yes please. Oh, yes please. You have something to draw with? Oh, yes. I always carry a pencil and pad with me. Oh, but... Oh, my hands... They're a little tied up, I'm afraid. My apologies, Jan-Wan. No, no. I'm sorry. That was silly of me to ask. Maybe once I help you get out of here, you can draw for me, huh? Oh, yes. Of course. Of course. Okay. I should probably get going now, mister. See if I can get all of us out of this place already. Young one, I may have misheard you. Get all of us out of here? How do you mean? Apparently I just have to get some kind of fun. Form signed. And then I can take others with me. All I need is a signature from this devil guy. No! No. He won't. Young one, we are here because he willed it to be so. He will never let us go. Believe me, Young one. Whatever evil exists, he has been a part of it. Okay. I don't really know anything about that. But I still have to at least try, Wilfred. I have to. Oh dear. Please, be careful. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Ah. Had ich vorhin auch schon mal Telekinese versucht oder irgendwie ging das dann? Oh. Hehe. Ups. Hmm. 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 No job. Oh. Thank goodness. What a relief. New game. Oh nein. New game. Verdammt. Congratulations. You win. Price is news. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Mist. Okay. Ah. Hmm. Können wir den nicht irgendwie retten? Ah. Ich weiß auch nicht. Ich hab das Gefühl, wir machen alles nur schlimmer. Okay. Also. Vielleicht lieber erstmal wieder zurück. Äh. Okay. Vielleicht können wir ja... Hmm. Mit ihm nochmal reden? Hi. Back again. Yes. Have you seen a bear prisoner? Did anyone come in here after me? A bear? No. Not counting our three resident kind of four million inmates up there. You mean those three cages up there? The very same. Now anything else? Hm. Okay. Ähm. Da gibt's nichts Neues. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Vielleicht können wir mit ihm nochmal reden. Kranker Troll. Ah. Bäh. Äh. 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 Können wir hinten nochmal irgendwas machen? Äh. Äh. Reynard? Ah. Äh. Ist er noch da? Ah. Äh. 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 Okay. Schade. Äh. Okay. Gut. Dann eben. Äh. 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 Okay. 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 Jemen. Was füraretonne transfere. lecture. zum Galgen. Müssen wir doch noch mal hier hinten weiterschauen. Ist hier noch mal was in der Abstellkammer? Nee, das ist nur die Ziege. Können jetzt noch mal... Wir haben den Drink zwar noch nicht so wirklich. Können wir ihn wahrscheinlich auch noch nicht geben, oder? Achso, nee. Okay, gut. Hm. Dann gehen wir wieder zurück. Vielleicht mit ihm mal mir reden. Aha. Okay. Da können wir jetzt vielleicht noch mal den, ähm, Paragraphen-Hengst fragen. Ah, ja. Anfektion of the gallows. What is that exactly? Who is in charge of it? Oh, yes, that. Operation of the gallows requires an inspection by the Occupational Health and Safety Department. Safety? But it's a gallows. I received the application to put someone onto it, but that cursed troll from Maximum Confinement, he got all excited at a Union meeting over something and then went off and initiated a strike. Ah, I see. Drats, looks like we can't use the gallows, then. How unfortunate. Hmm, tell you what. You're in line for mandatory work in the dungeon. This would fit that quite nicely, I think. Me? But, but, I don't know anything about gallows inspecting. I'll give you a short course now in gallows inspection. Ready? Let's begin. Open door. Go inside. Check if the trap door opens properly. Done. Check if the door opens. That's it? And you just got 100% in your review. That means you're now a qualified safety inspector for the gallows. Okay, cool. Werde ich in mein Lebenslauf mit aufnehmen. I'll call the executioner and let him know you're on your way. So be quick about it. Äh, sure. Okay. Oh. I'll leave you to your work, then. Gut, dann, äh, auf, um den Gallen zu inspizieren. Okay. Dann inspekten wir mal. It's all dark down there. Guess I'll just, uh, wait until it's lighter. Hmm. Uh, okay, okay, I'm going. Hmm. Hmm. It actually is too dark to really make anything out down here. If I'm going to help Wilfred out somehow, though, I think I'll have to sabotage the, uh, game from down here. What to do, though? What to do? Fackelhalter. Fackelhalter. Okay, ich glaube, wir gehen nochmal kurz raus und holen mal eine Fackel. Also zumindest... Nein. No, 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 no. Uh, it's much too dark for a, uh, thorough inspection to take place. Hmm. Hurry. Our girl is next player of game. Ick. Okay, also ich hoffe mal, dass wir uns jetzt vielleicht hier so eine Fackel mitnehmen können, da. Oder, oder hatten wir schon eine Fackel? Ne, da hat uns der andere Treue aufgehalten, ne? Durften wir ja nicht. Okay, dann... Können wir die... Können wir die hier vielleicht anzünden? Ah, perfekt. Okay, dann gehen wir nochmal nach unten. Gut. Ah! 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 Das ist ein paar Knie. Ah! Ah! Oh, mein! Ah! You... You gave me a fright. Huh? Yes. Well, I mean, I... I mean, I... I didn't mean to startle you, child. I'm ever so sorry. No, no, really, it's fine. Are... Are you all right, mister? You look a bit... hungry. Huh? Was? Nein, 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 ich bin ziemlich gut. Danke, danke. Ich denke, aber nicht so gut. Vielleicht bin ich nur ein bisschen thirsty. Oh, aber nicht auf mich rattle. Oh, ho, ho. Es ist kein Problem, Herr. Ich bin sicher, dass ich Wasser finde. Wenn das, was du möchtest. Oh, mein. Water. Ich erinnere mich. Water. Oh, but listen to this old man rattle on once again. Do you, do you suppose it might be possible to have a drink? Only if it isn't any trouble. Just a, just a small one, perhaps. Okay, just stay right there. I'm not sure how the executioner will react to you coming out with me. But I'll come back with some water as soon as possible, okay? Gut, dann gehen wir doch mal in die Küche, weil ich glaube, da war da dieser Wasserspender. Vielleicht können wir da was holen. Ähm, gibt's da irgendwie einen Becher oder so? I can't just pour water into my hands. I need something to pour it into. Hm. Ah, wir hatten ja die Dose, ne? Da hatte sie ja vorhin noch gesagt, dass das für den Drink irgendwie zu wenig ist. Dann versuchen wir das mal da. Ha, perfekt. Bleh. Okay, sehr gut. Dann... Bring mal mal das Wasser zurück. Ab in die Grube. Hier, bitteschön. Hier. But slow sips, okay? Grandpa says you get a bellyache if you drink too fast. Taaah! It's... Uh, if you like it that much, there's a whole cooler of it. I'll get you some more. No, no. You have done too much. I am forever in your debt. Please, tell me how I can repay you. Right now. Right now? You mean, now right now? Wait, wait. I know. That man above needed your help. Uh, that's really not necessary. Well, I mean, I do need to help the gardener, but... I can hold the door, see? From the inside. And then my debt is repaid. Yes, I will do this. Okay. Look, it's a really nice offer, but you need to rest. I'm not sure you're even capable of holding the door up. Nonsense. You have let me taste the nectar of the gods. Okay. Okay, chill, wow. Das ist nur Wasser. I feel as strong as... as a hundred men. Oh, Tray. I'm not so sure. Come on, come on. There's no discussion. I'm going to help you. I'll be right back for you though, okay? I'm not leaving the dungeon without you, I promise. Never now. Alright. Everything looks good down there. You're good to go here. I hope. Ah, good to go? Good to go. Good to go. Ah! 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 Dann besser das schon mal ganz gut funktionieren. Ah ah ah. That's strange, isn't it? Everything looked ok to me. Ah 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 ah. Hmmmmmm, new... game! Oh please, no more games! Sorry. You are loser. Sehr gut, der Opa ist frei. Okay. Ähm, dann können wir bestimmt nochmal mit ihm reden. Äh, aber dann nochmal aus irgendwelchen neuen Erkenntnissen? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, gut. Ja, das... das wissen wir ja schon. Ah ja, okay. Stimmt, jetzt kann er es ja zeichnen. Ah, sehr gut. Ja, wahrscheinlich eher nicht so, ne? Aber... Der Reynard hat ja gesagt, dass er da ist. Und dass wir einfach rufen sollen, wenn was ist quasi. Vielleicht kann der uns, ähm, diese Brüfe besorgen. Schauen wir mal. Hä? 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 Ha! Ha! Sehr gut. Her mit der Blume. Dankeschön. Nice. Das hoffe ich auch, dass es hier ist. Ja... Hat er die Sporen eingeatmet? Oh no! Okay. Ja, das ist richtig. Gut, dann mixen wir die jetzt noch, ähm, hier rein. Achso! Ah, verdammt, das ist der Honigtopf. Das ist nicht der Mixer. Hier rein. Du sollst es nicht probieren. So, dann bringen wir das noch dem Wächter. So, dann bringen wir das noch dem Wächter. Stop! Das ist weit genug, kleine Frau. Es ist okay. Ich bin nur hier, um ein bisschen zu bringen. Für die Fischmasse, Sie. Oh, gut. So tustig! Give! 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 Hey, wir sollten den Mixer noch zurückbringen! Verdammt! Da toll! Das ist so, das mit der Wassermelone und dem Honig ist ganz nice, aber der Rest... Ich komme zum Beispiel. Ah, hier bin ich. Ah, Hello? Mr. Devil? Oh, Moment, ich sehe jemanden. Ah, ich fühle mich ein bisschen nervösisch. Nein, Anna, fokus! Das ist es. Das ist deine Chance zurück zu retten für Rupen. Nicht alles für nichts jetzt, okay? Oh nein, das ist der Typ von den Hangar Games. President Snow? Sind Sie das? Ja, das ist richtig. Okay, also ehrlich gesagt, ähm... Getting here wasn't easy. Nothing has been. And now, now I've been arrested for trying to save my grandpa. But Anna, every time you try to do good, bad things seem to happen. But I don't... I just... How can I save grandpa if I keep making things worse? You have to let me go, because... I have to stop Winfrieda. She's a trickster. An evil witch with wicked, evil plans. Perhaps. But a queen to be nonetheless. And one you sought to dethrone. Huh? But... No, I didn't know she was... That's not fair. Furthermore, she deceived you. You trusted her, but she betrayed your trust. Haven't you been a little too trusting? Hmm? Ja, schon. Aber das ist ja jetzt keine Straftat. All I've ever done is try and help people. I didn't do anything wrong. Oh, is that so? I wonder. Kidnapping dragons, stealing from shopkeepers, imprisoning elderly women. Ja, okay. Wenn man es natürlich so sagt. And those were witches, too. Doing evil, wicked things. That's a rather lawless attitude, wouldn't you say? Who are you to decide such things? I... I'm sorry. You'll have to do better than that, Anna. I don't... I have nothing else I can say, though. Well, well. There you have it. Perhaps, after all, you aren't so... innocent. No! Please. Just... let me try again, please. Oh, come on now. You're making this all quite... somber. Let's lighten the mood, shall we? Perhaps your freedom for a little... wager? Anything! Please, I... no... wait. You... you've been tricking me. Is this a trick, too? Tricking? Why, I would never. I'll even have the administration begin to write up the necessary paperwork. Right away. I simply wish to indulge in a little... riddle. A riddle? For... my freedom? But... what if I get them wrong? I think it's only fair, considering the extent of my generosity. You might concede to staying here in my dungeons for a... considerable length of time. Then it's a deal. And... ah... yes. I know just the riddle. If better, the devil you know, they say. Then tell me, Anna. What do you know of the devil? Huh? What do I know... of you? Perhaps... it's not in my interest to assist you in a wager. Furthermore, if I were to make a meal of my finest, then what would my meal be? Wait... two riddles? How... how can I answer these? They make no sense. Oh, but Anna. That is the very nature of riddles. Remember, a deal is a deal. But... how... what... Gah! Hasn't this been fun? I trust you'll need some time now to... contemplate? Okay. Dann... schauen wir mal, was wir da rauskriegen. I think we'll go work on this riddle of yours now, then, I guess. Very well. Be gone with you. Hm. Okay, ähm, dann versuchen wir uns mal an diesen Rätseln des Teufels, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.